was nehmen wir denn heute nun mal für farben mit ich würde sagen das rot da oben ist nicht schlecht obwohl nee oder lila lieber lila lila da unten ja obwohl nene lieber das grün dort und das grün gefällt mir ganz gut ja das grün das ist ideal das nehmen wir mit du das hat viel das hat gekriegt das hat gerockt noch weiter schön so 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.